Revanche Na nochmal, ist doch Da muss Mehrheit sein, ne? Bei 8 Spielern ist 5. Mehrheit Komm, lass nochmal Gini gewinnen Ich dachte, ich krieg den noch da rum Scheiße! Mist, Mist, Mist Ich kam nicht mehr unten ran Und ich hing in der Wand Ich hab da ein bisschen zu spät geschaltet Ich hatte keinen Boost, sonst hätte ich den noch wegholen können Ich hatte einen Boost, aber zu spät geschaltet Gehen wir mal nach vorne Nein, nein, nur Schade Ach, gehen wir ja um Nüsse Voll lange! Ach, Mann, ich kam nicht hin, weil der eine mich beschäftigt hat Eher und einer hat gehalten Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, von dem Ich hab's komplett noch oben in die Wand gehauen Ja, Baby, hab ich rausgenommen, so viel Ach, Scheiße, Mann Na komm, ich hab' verloren Ah, schade Ich hab's jetzt schön gehabt, Markus, glaube ich, den Ball Ja, ja Hat er noch rübergehoben Ach, kriegst du noch einen mit? Nein! Ach! 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 Ach, das ist ein Tick der Vordergang, egal Nein! Nix! Ach! 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 Ach, mein Gott, Leute! Ach! Ach! ja das war jetzt von denen der dritte torschuss ich bin gefühlt das ding nicht an der rolle in der vorhandenen ja dritt auf drei tauschen seien ja schöner fernschuss ja gut dass er den noch erwischt hat er weiter ist er erwischt noch da ich habe es unter ist ich würde schon mal drunter gehen müssen ich hatte noch ein bisschen mehr nass Krise gerade nicht unter Kontrolle, die Bälle Das war's Ja, das war auch mal um 1.3, wäre es egal gewesen Aber wir kriegen halt die Bälle nicht unter Kontrolle da vorne Und die waren eigentlich in Unterzahl die ganze Zeit Die waren jetzt schon 20 Sekunden in Unterzahl Und der nächste geht auch noch rein, weißt du Die schießen von 3 Sekunden 2 Tore Wir haben sie uns gerade schön nass gemacht Ja, das war's Ja, das war's So Naja Komm Ja, ja Also wieder gegen die, oder was? Keine Ahnung, kann ich sagen so Ja Orange sind wir Die Farbe deines Autos verrät ihr die Farbe welches Team du bist Ja Meistens zumindest Geht das schon wieder so vorne und vorne los Und ich fälsche doch noch ab Ich hab den eigentlich so abgefälscht, dass der so hoch gegangen ist Ja 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 Shit. Ich hab ihn nach vorne. Na, schade. Ey. Die meisten sprengen dich auch mit ihrem Turbo, ne? Naja, na klar, wenn du sie schnell genug reinfährst. Danke. Geht der doch rein? Na fuck you! Das kann doch nicht sein. Geht der nicht rein, ne. Das ist halt gedrige gerade. Den einen hab ich ja noch mitgenommen jetzt. Okay. Okay. Das kann ich nicht hinkriegen gerade. Na, endlich. Dankeschön. Sehr schön. Hochverdient. Hochverdientes Eigentor. Naja, hochverdientes Ausgleichstor erstmal. Guck mal. Ich weiß egal, ob es gefallen ist. Das ist ganz, ganz wichtig gerade gewesen. Nein. Wir springen weg. Oh,ush. Oh, phatma. Oh. Oh. Das ist zum Kotzen! Ihr kriegt es nicht da hinten sauber verteidigt, dann fällt der rein und dann fällt einfach so ein Ding fast vor die Nase. Warum machen wir jetzt einfach so hinlegen? Komm, komm, komm! Was geht denn da jetzt vorhin? Mann! Mann! Hey, das ist nicht wahr, ne? Du dürft das Spiel doch einfach nicht gewinnen. Das ist zum Kotzen. Es ist einfach kratzen. Die gewinnen das Ding echt. Wie auch immer. Unverdient. Einfach unverdient geschenkt. So, meine Meinung dazu. Ne, nicht nochmal gegen Bietvoll. Oder? Wollt ihr genau gehen und spielen? Ne. Durchmengen machen. Du vern....... Stand amMER craving Levin imld intent 정os.